Ein Freund von mir hat im Netz recherchiert und schreibt jetzt irres Zeug, ist mir stark irritiert Will das alles enden mit einem großen Knall? Ich sag immer, wach doch erst mal Gemäßig ist das neue Radikal Gemäßig ist das neue Radikal Gemäßig ist das neue Radikal Vergleich doch mal heute mit von 500 Jahren Dagegen sind wir eigentlich viel besser dran Du kriegst alles in den Arsch gesteckt und kommst nicht dann klar Gemäßig ist das neue Radikal Gemäßig ist das neue Radikal Gemäßig ist das neue Radikal Hallo Mann So komm erst mal nicht zusammen Eine Menge Leute sind am Durchdrehen Zu viele wollen die Welt brennen sehen Doch Verbesserung kommt langsam Schritt für Schritt Ich weiß, es klingt lahm, aber mach doch mit Gemäßig ist das neue Radikal 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 Gemäßig ist das neue Radikal